ARD Text im Auftrag von Funk Morgen! Schön, dass du es festst. Du kannst jetzt zur Zehner-Karte dazu. Nach Ostende sind es 548 km. In Belgien leben nur Waffelfresser und Pralinenficker. Und Choclo Driven. Ey, da hältst du dich! Wollte einstehen! Nachschub! Mama? Was ist denn los? Da kriegt man richtig Angst. Ich hab alles. Lebenserwartung drei bis fünf Jahre. Seit einem halben Jahr geht's bergab. Aber warum warf ich denn jetzt hier ein Rad tue ich? Ich wollte einfach ein letztes Mal mit meinem Freund abhängen und nicht die ganze Zeit an diese scheiß Krankheit denken. Freund, wir wollen noch mal richtig auf die Kerke. Das verspreche ich dir. Auf die Tour! Meine Freunde wollten, dass ich mich mal fühle wie eine Frau. Darf ich mal anfassen? Darf ich die da auch mal anfassen? Als wir da so vorher saßen, alle zusammen, da war's plötzlich okay. Zum ersten Mal. Ich glaub, mich schaut das nicht. Was? Was? Was machst du die Fußgängerzone? Ich mach das jetzt nicht! Es kann überhaupt nichts passieren, Schatz! Ich hab so Angst. Aber hier sind ja kein solcher Arschleiter! Das ist doch die geilsten Freunde, die man sich wünschen kann. Und vielleicht macht ihr diese Reise ja jedes Jahr. Das ist ja nicht schön. Bis zum nächsten Mal.